So kurze Pause zum Ende. Weiter geht's. Ich muss Geld verdienen. Jo, los. Renovierung starten. Was willst du hier drinnen haben? Ein kleines Einzelzimmer, okay. So, rot oder braun. Dann machen wir tatsächlich das hier. Soll bestimmt für Mädchen werden. So, ein Einzelbett hätte die Person gerne. Ähm, kleine Dekotzungsspiegel, Motivationsposter, bla bla bla. Ne, wir hauen das Bett hier in die Ecke. So, dann einen Spiegel hätte sie gerne. Krieg tatsächlich hier so ein großes Spiegel rein. Ein Motivationsposter. So, Trainingsausrüstung. Fettes Laufband. Haben wir kleine Dekorationen. Dazu brauchen wir allerdings ein paar Schränke. Oh, das ist ein Eckschrank. Oh, das ist aber neu. Warte mal, das ist kein Eckschrank, das ist ein Box, ne? Ich will einen fucking Schrank haben. Gibt's keine schöneren Wandschränke? Ist ja langweilig. Äh, eine Trophäe. Die bekommt sie natürlich. Eine Kommode. Machen wir das hier. Das bewegt man mal woanders hin. Äh. Äh. Machen wir die jetzt da hinbewegen. Die dort hin. Die gefällt mir tatsächlich hier überhaupt nicht. Ähm. Wir nehmen diese hier. Einmal da. Die machen wir da hin. Den bewegt man doch wieder da hin. Und dann holen wir die gleiche Kommode. nochmal da hin. Ach, das ist ein fucking Schrank. Also geht doch nur die hier. Dann stellen wir die halt dort hin. Äh. Da eine Kerze drauf. Äh. Das da hin. Was ist denn das? Noch eine Kerze. Äh. So. Naja, ne. Komm, ich stelle noch das Teil hin. Wollen wir mal schauen. Dekoration fehlt noch ein bisschen was. Äh. Ähm. Dekoration. Ähm. Dekoration. Okay. Jetzt, äh. 60% bloß. Holy shit. Aber jetzt, äh. Reicht. Muss reichen. Okay. Äh. Okay. Das sieht schon mal nice aus mit den Augen. Okay. Das gefällt dir halt nicht. Worum auch immer. Jo. Bin ich mal gespannt. Da hinten ist immer noch ein Zimmer. Das könnte ich auch noch renovieren. Nice. Wieder volle Bewertung. Geil, geil, geil. Die hat doch voll den Dreckberg gemacht. Was soll das? Was soll das? Ich hätte in der Anschluss was ich meine. Ja. Ich mag meinen Vermieter wirklich. Also kein Stress. Du sollst mich besitzen. Wir melden gerade jetzt anscheinend. Ja, warte doch mal ab, Opa. Oh, ja. Warte doch mal ab. Ähm. Zaha. Mann, lass mich doch mal hinterher kommen. So, ich habe kein Geld, dann kümmere dich drum. Geschenk, Essen. Kuchen. Oh, das hat ihr gefallen. Die hat einen Sturmgewehr an der Wand. Was ist los mit der Frau? Heizung neben Kosmolombra. Warum ist die ungrittig? Warum ist die ungrittig? Alter Schwede. Oh, 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 hier, oh, 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 Wasser, 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 Wasser. Oh, er okay? He who are you here. For my baby, water. How are you? Genes, Bart. Ja, genau. For a year, for a year. äh ich schick dann Profi genau am letzten Tag willst du mich verarschen jetzt krieg ich keine Bonuszahlung Mann, Mann, Mann Ah, die hat eine schöne Küche schön klein gut, 4 von 5 Stern wir haben wieder 2 Fertigkeitenpunkte äh, mietbare Zimmer schalte mietbare Zimmer für Tag der offenen Tür frei schalte das Maklingprofil für Tag der offenen Tür frei äh, ein Chefkoch kommt vorbei und kocht ein Gericht ein Welle stinkt, der verwüstet die Ordnung schalte geschränkfrei Blumen, Kakteen, kleine Pflanzen schalte geschenkfrei Geschenkkarten, selbst erstellte Mixtapes Liebesromane, Kriminale, Klischebücher, Fantasie, Lernen Hä, Hä, Hä Opa erhöht Onkels, Steves, Laufgeschwindigkeit um 5% erhöht Onkels okay, da ist er gut erledige 3 Babysitter Jobs Ops. Mein Name. Okay, take my hair. Okay, prüfe Mietverhältnisse. Achso, ne, hier, äh, Bewertung. Aha. Null Schulden. Verhandeln. Scheiß drauf. Ne, das ist ja hier weit unter den Fixkosten. Vergiss es. Nein, nein, nein. Erst mal Bier zischen. Warum nicht? Ah, wie sieht's aus? Ah, wieder 4 von 5. Nice. Ja, die brauche ich noch nicht. Da brauche ich noch ein paar mehr. Äh, es war kein Babysitterjob. Willst du mich verarschen? Ich suche einen Raumerstatter für Badezimmer. Na dann los. Das ist aber klein. So, ich hab 5100 zur Verfügung. Fließe oder Stein? Du kriegst Stein rein. Braun oder blau? Braun oder blau? Okay. Du möchtest Badewanne oder Duschkabine. Du kriegst ne Badewanne. Du kriegst ne Toilette. Äh, hier. Hallo, drehst du dich bitte? Du willst noch ein Waschbecken, denk ich mal. So. Ne Klobewusste natürlich noch. Ein Pömpel. Na, das machen wir dort hin. Ein Handtuchhalter. Vorzugte Dekoration. Wandpflanzen. So, und weil wir es können, da gibt es noch ein bisschen Rotlicht, so, äh, ach, das waren die, ein bisschen Dekoration kann noch dazu, okay, äh, machen wir ein paar Kerzen hin, da könnte tatsächlich noch ein Spiegel hin, oder ein Bild, ich denke, ein Spiegel ist besser, ähm, wie sieht es aus, 87, was ist das denn, orientale, oh, oh, okay, immer noch 87, egal, äh, moin moin Gaming Latino, äh, lol, okay, das gefällt sieht, Dylan, ähm, oh ja, so, ich bin selbst nicht Really Happy J побед revised Ja, das wird ja immer besser hier, ähm, Entlohnung 11.000, ich habe ein Budget von 15.000, kompletten Auftrag für die Renovierung einer kompletten Wohnung an dem, ich habe keine Tagesanzahl hier, die ich machen muss, also, ja. Und das da. Hab gestern meinen ersten... Ach, hast du dich impfen lassen? Na, dann möchten wir hoffen, dass nichts passiert. Äh, jetzt hier. Eins, zwei, drei Zimmer. Äh, ich schicke meinen Profi, ich kann das grad nicht selber machen. Eins, zwei, drei Küche, Bad, Schlafzimmer. Äh, ich habe nur ein bisschen, äh, Armschmerzen und gestern wird zählen, wenn ich, äh, zu lange stehe, Kreislauf. Ja, es ist... Ich vertraue den, äh, Spritzen da überhaupt nicht. Äh, wir machen... Machen wir die hier rein. So... Machen wir das so... Ja... Ja, also, ich lass mich nicht impfen, äh, meine Kinder werd ich auch nicht impfen lassen, äh. Was man so momentan hört, man hört es mal so, dass Leute daran ins Gras beißen, dann hört man die, wie weiß ich nicht, was unmöglichsten Sachen, ne. Nee, 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 äh, brauche ich nicht. Hartholz. Dann kommt das hier rein. Und natürlich auch da. Laminatböden für die Küche. Ist das überhaupt Laminat? Ja. Und... Hier auch Laminat. So... Band-Wand-Deko. Gelb oder graue Wände. Das sieht geil aus. Es kommt immer drauf an, was, äh, wenn bei mir jetzt gesagt wurde, ist AstraZeneca, hätte ich sofort noch nicht bin weggesagt. Ich vertraue dem ganzen Quark nicht. Du, ganz ehrlich, äh, auch wenn das jetzt eigentlich hier nicht hergehört, aber... Äh, die Grippe. Dafür gibt es keine Impfung. Die existiert Jahrzehnte. Es gibt andere Krankheiten, die existieren Jahrzehnte, Jahrhunderte. Es gibt keine Impfung. Corona kommt? Ein Jahr später gibt es eine komplette Impfung angeblich. Das kann man gar nicht glauben. Also, ich bin da gespaltener Meinung. Ohne jetzt hier irgend so ein, äh, Verschwörungstheoretiker oder sonst irgendwas zu sein. Äh, Badezimmer rot. Und... Außerdem, ich habe mich ja schon seit... Ach, wann habe ich mich das letzte Mal gegen irgendwas impfen lassen? In der Schulzeit? Das ist schon ewig her. Also... Ja. Ähm... Küche braun. Wie gefällt dieser altblotische Look? So, ein Herd. Wie viel haben wir denn noch? Zwölftausend haben wir noch. Ich hatte die Meinung am Anfang auch, aber... Habe aber keine Lust, mich jeden Morgen in der Schule zu testen. Bei uns gibt es das gar nicht mehr mit Testen. Aber okay, meine Kinder haben jetzt momentan sowieso Ferien. Aber ich glaube, das war gar nicht mehr mit dem Testen bei uns. Kühlschrank. So. Küchenmöbel. Das ist ein schwarzer Herd, der möchte eine schwarze Küche her. Eins. Zwei. Ähm... Haben wir davon Eckteile? Ja, die haben wir tatsächlich. Und wo mache ich das so richtig? Nee. Nein. Bewegen. Die werden so gebaut, die Eckteile. Ganz komisch. Äh... Bewegen. 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 So. Äh... Dahin. Gibt es keine größeren Schränke davon? Nö. Cool. So. Ähm... Ich habe auch Ferien. Bei uns ist das mit dem Testen weiterhin da unser Armin Laschet das weiterhin möchte. Ja... Puh. Ich bin froh, dass sich meine Kinder momentan nicht testen lassen müssen. Weil die Tests sollen ja auch nicht gerade wirklich gesund sein. Ähm... Wo war denn jetzt der Fenster behangen? Wo war denn jetzt der Fenster behangen? Äh... Küche ist fertig. Nice. Badezimmer. Ja... Duschkabine, Toilette, Waschbürste, Klobürste, Toilettenpapier. Ich hätte aber gerne eine Badewanne. So... Eine Toilette. Äh... Klobürste. Und jetzt setz mal die dort hin. Ein Waschbecken. Ach... Wir haben ja noch mehr als genug Geld hier. So... Eine... Klobürste... Jetzt mach doch mal... So... Klopapier. So... Badezimmer haben wir auf. Und jetzt hier. Ein Bett. Es scheint egal zu sein. Was für ein Bett. Cool. Äh... So... Mal das da hin stellen. Ich muss noch Türen einzimmern. Sehe ich gerade. Mh... Schiebetür. Da... Da... Und hier kommt ein Vorhang. So. Man soll sich die Dinger ja auch nicht acht Zentimeter reinschieben. Was machen trotzdem. Warum auch immer. Äh... Und bei uns machen wir das ja noch selber. Sodass wir entscheiden können. Ja, äh... Meine Kinder die sind auch nicht... Das ist... Die sind halt noch Jungspunde. Mit ihren acht, zehn und zwölf Jahren. Die mussten das auch alles selber machen. Weil wenn die Lehrer das zum Beispiel machen. Und den... Die Kinder dann bluten, ne? Oder irgendwas passiert. Sind ja die Lehrer dann verantwortlich. Und das ist dann eine Körperverletzung. Deswegen haben die den Kindern das beigebracht, das selber zu machen. Damit die Lehrer ja schön aus dem Schneider sind, wenn was ist. Aber... Trotzdem. Es... Muss nicht unbedingt sein. Und... Ich bin froh, dass es momentan nicht mehr ist mit dem Impfen. Mit dem Testen und... Ja... So, äh... Da eine hin. Da eine hin. Genau. Dann... Eine fette Mattscheibe. Mit Geld habe ich noch 4000. Ähm... Ja... So... Ähm... Ah... Moment. Äh... Bewegen. Zieh. So... man möchte das ... Wer kaufen. Verkaufen. 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 und dann noch einmal dahin. Nice! Sieht schnieke aus. Ist zwar nicht ganz so mittig wie gedacht, aber egal. Wenn die ganzen Leute aus dem Urlaub kommen, haben wir bestimmt eh wieder 10 Milliarden Varianten und wir können wieder im Homeoffice. Ja, das sowieso. Da lasse ich mich auch mal überraschen. Und diese komische Variante B soll ja auch schon die ganze Zeit auf dem Vormarsch sein. Zimmerabtrennung. Die sieht scheiße aus. Die sieht naja aus. Die könnte man aber tatsächlich setzen. So. Dann kann man das Bett auf Schräg platzieren. Geil! Oh, hier würde ich wohnen. Sogar noch Platz für den PC. Wie viel Geld habe ich noch? Tausend. Ach du Heimatland. Ich wohne noch Wanddeko. Ja, Dekoration im Wohnzimmer. Da. Da. und da eine uhr kommt noch da kann man ein herzl anpappen bei den ganzen haben hat man so schon gar keinen überblick man sollte sich eventuell immer die frage stellen ob das sind wirklich alles stimmt oder nicht so was 14 prozent gerade mal ich habe noch 600 mücken es ist das Warte mal, wie steht denn der richtig? So rum. Äh, was ist da? Och, die kosten 100. Was mach ich hier jetzt noch? Hier könnte noch irgendwas hin. Äh, was ist das für ein Bild? Nicht so schön wie Gemälde, blablabla, okay. Oh, ist zu teuer. Äh, Fluss im Winter. Weg nach Hause. Hm. Shit, shit, shit. Zombie-Muffins. Äh, Leben auf einem Boot. Alter, 14 Prozent. Das kann doch nicht sein. Was fehlt denn hier alles noch? Äh, äh, schhhhh. Äh, bitte Lächel-Motivations-Poster. So. Das passt noch zu mehr. So. Das muss jetzt reichen. Die Frage kann man sich stellen. Äh, das klingt noch nicht. So, das stimmt allerdings. Äh, scheiß drauf. Job abschließen. Okay. Das gefällt ihm bis jetzt. Das gefällt mir dann auch. Komm, das war ein teures Klo. Oh, ne teure Klo-Bürste. Sehr schön. Guck dir mal die Küche an. Oh, das ist gut. App öffnen. Wie sieht's aus? Oh, es wird immer besser. Äh, hier unten. 2 Fertigungspunkte. Erhöht die Reinigungsgeschwindigkeit. Ähm, erhöht Onkels Reparatur. Freistalten. Sanierungsarbeit. Ne, wir machen erstmal das hier. Gut. Als nächstes. Was haben wir denn noch? Ich muss Babysitter-Jobs erleden. 3 Stück. Ich brauche einen Raumausstatter. Äh, wichtige Dekoration. Erster Eindruck. Unwichtig benötigte Möblierung. Ja, ja, das hat man das letzte Mal gesehen. Äh, wo sind die Diamanten auf dem Pott? Ja, ich musste heute so von vorne anfangen, weil gestern kam ein Update. Ja, und alte Spielstaben waren nicht kompatibel. Wurde automatisch mit dem Update gelöscht. Was richtig kacke ist. Ich habe gerade das Geld für deine Zeitraum überwiesen. Nein. Also, hier nur. Nächste Zahlung, äh, in sechs Tagen. Gut. Ja, aber so habe ich ein bisschen was Neues entdeckt, was es hier gibt. Ähm, wie viel habe ich denn jetzt? 35.000? Da fehlt mir noch ein bisschen was für das erste Haus. Die würde ich gerne mal renovieren, die Feuerwehr. Hm. Haha. 221.000, ey. Äh. Äh, ist die Rose immer noch so? Ich glaube nicht, was das Geld angeht. Das ist eine andere jetzt, äh. Oder war das die gleiche von, äh, äh, Montag? Warte mal, was ist denn heute das? Das ist von Dienstag. Ich muss mir die ja nicht merken, solange die bezahlen ist alles gut. Äh, äh, Milzen, bla bla. Ein paar Laut-Demeter, die mir Kopfschmerzen breiten. Mach mal. Komm, darin bin ich gut. Ja. Hm. Laut-Demeter, das ist einer. Ähm. Wird oft die Meinung ändern und auf weitere Renovierungsarbeiten bestehen. Bezahlt die Miete immer pünktlich. Ja, da kümmern wir uns gleich drum, Onkel. Ähm. Komm, wir schenken dir mal nen Kaktus. Mann. Mach doch mal. Mach doch mal. Mach doch mal ab, Onkel. Entfernen. Alter, der ist besoffen. Hör mal. Opa, du nervst gerade. Warte mal, hat die immer noch offene? Nee, hat sie nicht. Warum kriegst du noch einen Kuchen? Alter, du nervst echt gerade hier, ich kann nicht über das Ding schließen. Entscheide liegt bei dir, Opa, nervt nicht. Scheiße. Ich habe mir auch mal Mad Game Second 2 angeschaut, das ist auch geil, ich habe es bei Gronkh gesehen. Und ja, das werde ich mir auf jeden Fall zulegen. Ich muss jetzt erstmal diesen verkackten Onkel hier loswerden. Oh Mann, der geht mir gerade richtig auf den Sack. Ich kann das nicht anklicken. Hä? Äh. 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 Ja, schön Onkel, hau ab. Ich will das anklicken. Was ist denn das für eine Kacke? Äh. Äh. So sehen bugfreie Spiele aus. Das ist ja... Äh. Das hier. Das machen wir gleich. Drei. Ihh. Der war durchschnall. Ehh. Für diesen Zeitraum überwiesen. Ja, schön für dich! Du wohnst eh nicht mehr lange bei mir. Der seufzt schon wieder ins. Wie lange sind das jetzt noch? Drei Tage. Ich kann nix machen mit dem Scheiß jetzt. Das ist ein Mist. Und die Bude ist komplett dreckig. Hm. Hä? Ach. Schön. Äh. Es war schön hier zu wohnen, auf Wiedersehen. Wow. Ich krieg ne dreckige Wohnung. Du dämliche. Das nur, weil man den Scheiß nicht anklicken konnte. Oh. Mann. 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 ich jetzt nur 1 wer schläft im zweiten bett da kommen sie wie sie aus den ecken rausgekrabbelt kommen ist das geil ich schicke meinen onkel vorbei ich schicke meinen so schön die ganze wohnung verpesten hier warum verschwinden die viecher nicht ja bitte bitte da sind die vorteile der kostet mich auch weniger das gut aus die küche gefällt mir irgendwie die arbeitsplatte die müsse man anders waren so erfolgreich abgeschlossene fünf sterne geil ja ich muss neuen mieter finden hallo auch macht doch sauber was für die mieter arbeit Tschüssi, Koski Onkel Küche gibt es keine Mülleimer schön ich habe keine Mülleimer, die ich anbieten kann das ist scheiße ähm, gut, dann Verlassener Tag der offenen Tür hier, Zeitung, ich habe genug Geld Meinung schlecht nicht zufrieden okay, wenn ich das schon sehe äh, Tschüss sehr gemütlich für eine Meinung schlecht tschüss dann prüfen wir dich jetzt nochmal äh, ist denn wie bei Sims, die haben keine Box aus oh ja sehr gemütlich für keine Mietverhältnisse aber wenn jetzt Mietschulden hat, ist ja dann ein bisschen seltsam öffnen und tschüss ich will niemanden mit, äh, Vorstrafen und Schulden so, Opa, du bist dran Meinung gut ok schulden 0, alles klar verhandeln ähm, 3000 was das sind ja nur 100 was, 148 über den Fixkosten vergiss es das sieht schon mal ein bisschen besser aus ja, komm, fast tausend Gewinn äh, äh, zu sehr zu nerven wie geht es dir, Heik ich werde versuchen, dich nicht zu sehr zu nerven das werden wir mal sehen das werden wir ja sehen äh was, stand da bei der Echtvergewaltigung? lol ok äh ähm ja gut bevor ich aber weitermache ich mache jetzt mal eine ganz kurze Pause denn ich möchte gerne eine rauchen ich bin gleich wieder da tschau